Blinkerlampen wechseln. Hier haben wir einmal, zweimal, wo die hineingehören mit diesen Dornen und hier sind sie hineingeschraubt. Was brauchen wir hier? Blinkerlampen und Schraubenzieher und hier haben wir eine noch drinnen. Die werden wir jetzt hier wechseln. Ganz einfach, Schraubenzieher nehmen, dann hier das Plastik weg und das rausschrauben. So, haben wir das Zink da. Und jetzt heben wir das da hin und raus. Hier haben wir jetzt die Rampen, das kann man abziehen, machen wir nicht. Wir machen das so, einmal, zweimal, ziehen das da raus, die Lampen. Und hier nochmal, ein drittes Mal, dann ist das ganze Lampengehäuse draußen. Hier haben wir die Dichtung. Dann haben wir den Tuch angeraufen, hier beim Bayonettverschluss. So, haben wir die hier raus in die Lampe. Und jetzt kommt die neue rein. Hier nehmen wir eine Originallampe. Und die kommt mit dem Bayonettverschluss da wieder hinein. Reinstecken und reindrehen. Und drehen und drehen. So, jetzt schauen, dass die Dichtung wieder überall drinnen ist. Und das ganze wieder vorsichtig hineinführen. So, vorsichtig. Dann gibt der C von allein ein. Und da haben wir noch nichts rein gegeben. So, einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Das nächste Mal. Und da oben, eins, zwei, drei, vier. Da sind alle vier drinnen. Eins, zwei, drei, vier. Dann würden wir hinten bei diesen zwei Knoppen auf die Seite und das wieder hineinfügen. So, hinten ansetzen. Und das Ganze. Da haben wir das Blatt. Auch nicht zum Außen rundum. Und wieder hineinschieben. So, jetzt werden wir das Ganze innen wieder reinschrauben. So, schrauben hinein. Und dann ist das Ganze wieder zu. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, sieben, fünf. Abdeckung drauf. Und wir haben es geschafft. Blinkerlampen wechseln.